hallo meine freunde heute war ein kleines video alleine ohne kameramann man muss ja immer alles alleine machen aber es ist auch nachts um 1 die zeit des gentleman's um noch ein schönes video aufzunehmen wo geht's los also sieht wüst aus experimente gemacht bisschen was getestet kaffee ist kalt geworden danke als aller erstes mal kleines statement unserer ameisen ich glaube ihr seht jetzt nicht allzu viel vorsichtig mal gedreht die fischer kriegen immer totale angst so könnte da was erkennen vorsichtig mal einen kleinen blick reinwerfen so ungefähr ist das terrarium aufgebaut ich sehe die königin hier unten meine fresse ja das ist das blöd für euch also wer sich sowas anschaffen möchte ich mache hier oben mal ein deckel auf könnt ihr ein bisschen mehr sehen ich glaube auch nicht also welches mal beschreiben wir haben die bestellt die kommen so ein klein reagent glas das ist bei mir experiment nummer zwei guckt mal hier wenn wir wachsen da jetzt so ein paar getreide helmchen raus das habe ich jetzt mal ausgestellt ich wusste jetzt nicht ob das gesund ist für die fischer genau ich hätte so drin lassen können aber jetzt gucken wir halt mal wie jetzt geht's getreide weg